Ich brauche Nachschub, in Point Verdan. Ich mache mich schon auf den Weg zu dir. Du weißt, wie du mich finden kannst. Brauchst du ja denn was? Ich bin in Point Verdan, brauche einen neuen Wagen. Ich gehe noch eben pissen, dann bringe ich ihn raus zu dir. Warum soll ich Eintritt zahlen, um ein Spiel zu sehen, das ich im Kernsinn umsonst angucken kann? Das ist eine große Hilfe. Whisky. Überall Whisky. Und keinen Tropfen zu trinken.